Ich grüße dich und schön, dass du da bist von Herzen. Ich komme gerade aus einem unglaublich fließenden, erweiternden Interview mit der Osvita zum Göttlichen Paradigma-Wechselkongress, Online-Kongress, der im Oktober startet. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und lade dich ganz herzlich ein zu unserem Interview, auch zu allen anderen wunderbaren Menschen und Interviews auf diesem Online-Kongress und möchte dich also begrüßen in dieser Vereinigung mit uns, mit dem Licht, mit der Liebe, mit diesem göttlich-weiblichen, so habe ich es wahrgenommen im Interview, eine ganz hoch schwingende göttliche-weibliche Kraft, aber auch ein wunderschönes Gespräch in die geistigen Welten hinein, in das geistige Sein hinein, mit vielen schönen Informationen und einem tollen Austausch.